Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Yeah! Alter! Geh mal weg! Kapo! Es gibt so viel zu fressen, da kannst du dich immer reinstopfen, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe. Kann ich da irgendetwas herstellen? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Okay. 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 Okay, okay. Oh! Ich bin wieder hier. Ja, da wird es auch ziemlich... Ich muss doch... Ist auf dem gleichen Stock, okay. Ja, ich laufe ein bisschen blind jetzt rum und her und weg. Kann doch, das explodiert. Das nicht. Oh, das war explodiert. Boah! Alles klar, die explodiert einfach nicht. Natürlich explodiert die nicht, Alter. Wenn du eine Granate entnehmen wirst. Weg mit dir! Du auch! Du auch! Du hast recht. Zurück! Hol dich hier raus! Brauche ich hier Hilfe! Oh! Achso, das sind Gegner. Ja, tschau! Doppelschwerter. Das wird dich nicht retten! Herr Fluch! Blendgranate! Blendgranate! Boah! Boah! Ich finde es cool, dass wir die Gegner Waffen benutzen, dass die nicht abnutzen. Sushi! Sushi! Noch mehr Sushi! So, was haben wir denn hier? Blendgranate! Pummelköder! Granate! Ich würde gerne die Doppelschwerter benutzen. Ich würde gerne die Doppelschwerter benutzen. Einfach so! Warten mal schnell! Warten mal schnell! Warten mal schnell! Der ist näher! Sind wir doch wieder am Anfang, glaube ich, oder? Genau! Hier ist der Anfang! Ähm, ist das jetzt... ein bisschen runter, oder? Weiß ich noch nicht, wie das... Pümpel! Klar, noch wechseln! Ja! Ich weiß gar nicht, was wir haben! Ich weiß gar nicht, was wir haben! Kalt, 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 kalt! Wieso können wir keine Frau spielen, ey? Ja, Kopf tun wir aber weg! Äh, was? Geht das nicht? Nee, geht nicht! Nee, geht nicht! Dann machen wir uns eigenes! Frackhose! Was? Nee! Ist aber auch langweilig, wenn er so einfach rumlauft! Na komm, wir nehmen den jetzt einfach! Okay, der ist auf jeden Fall irgendwo dahinter! Können auch suchen! Jo, drück deinen Arsch in meine Kamera! Ich will... Pistole haben! Entweder ist das unten, oder wir müssen da rein! Sind es die anderen noch? Ach, das war ein Regenschirm! Hm! Ich zerschneide euch! Ich zerschneide euch! Beeilig! Da liegen immer so viele Waffen rum! Ich muss erstmal lesen, was das alles ist! Ich glaub ich... Ich mach jetzt erstmal die Zombies weg! Das ist doch da... Das ist doch der Anfang! Wir stöhnen da die ganze Zeit! Wir stöhnen da die ganze Zeit! Auch da oben, oder? Ich weiß aber nicht, ob das Gegner sind! Gefunden! Gefundene! Bam! Schleicht er sich ran mit seinem Staubsauger, Alter! Mit seinem Staubsauger! Was wollte er mich machen? Meine Haare zurecht stutzen? Einsaugen? Da liegt ein Schwert, Alter! Schau an! Ich bin ein Genie! Äh... Mal schnell... Liegt hier irgendwo noch eine gute Waffe? Die MP ist noch eine gute Fernkampfwaffe? Molok... So, ist voll! Das Breitschwert... Wie gut ist denn das? Das ist brutal gut! Oh, jetzt hast du jetzt davon! Aufgeräumt! So, was haben wir denn da hinten? Okay... Ich vergiss manchmal, was man... hier... zusammen fusionieren kann! Muss ich immer auf deinen Arsch glotzen, Kräule! Ich wünsch dir, die hätten mir Skins eingepackt! Dass du einen Frauen-Skin hättest! Ich guck mal... Ich guck mal... das Mod-Seite! Das wäre zu krass! So, wir lassen dem jetzt einen Staubsauger da! Doch, das ist das! Die Schnee-Kugel! So, kommen wir wieder... ins Innere vom Kaufhaus! Steinsperrgenauung! Der liegt da! Was brauchen wir für Pümpel? Elektronik! Wir haben doch irgendwo Elektronik! Elektroniker! Ja, geil, Mann! Ich war gerade am fusionieren! Ach, stirbt doch einfach! So, jetzt hol ich mal eine andere Waffe wieder! Neues Level erreicht! Ja, weg da! Oh! Oh! Verfluchter Mist! Wuuuh! Da will Action, oder was? Er greift halt einen Zombie an mit seinem Sprungangriff! Alles klar, er schlagt einfach in den Kopf ab! Er haut ihn einfach in den Kopf brutal ab! Boah! Ich habe so viele Armbrüste hier, das ist heftig! Oh! Hallo! Ich glaube schon wieder von alleine! Was ist denn das? Ich muss mal schnell was machen! Mich regt das auf! Die Steuerung! Aber ich glaube, das ging ja nicht, oder? Wo kann man nichts auf Alt legen, Alter! Drecks Windows 10 Scheiße! Äh, Windows 10 Microsoft Scheiße! Microsoft! Warum?! Oder Capcom! Wer ist denn der Entwickler? Von Dead Rising! Jetzt habe ich was gefressen! Ja, super! Was will ich jetzt mit ner Kaffee?! Ah, hab sogar einen getroffen! Okay! Ja, manchmal bin ich echt überfordert mit der Steuerung! Weil es ist... Ja, manchmal schon echt mal... Ja, Herausforderung! So... Wo ist dieses fucking... Hä, wo ist denn der? Ich will kein Kunstgemälde, Alter. Geh weg da. Er ist dahinter, aber... Geh weg da. Lappen. Hab deine Mama gefickt. Oh, Entschuldigung. Ich glaub, er zeigt... Ich bin, glaub ich, zu hohl, Alter. Er zeigt nicht genau den Standpunkt an. Er ist irgendwo hier. Das wär dann zu einfach. Ist bestimmt oben. Stimmt, er zeigt euch, es war ja mit meinem Scheiß gepunkt. Zementsäge? Ja, schön. Feuerwerks ist auch schön. Komisch, was sind die Waffen weg? Ein Dolch? Können wir noch mitnehmen, eigentlich. Ein Regenschirm? Achso, hier oben ist er nicht. Irgendwo muss der Bauplan sein. Kann man die aufmachen? Nee. Hm. Hier ist er auch nicht drin gewesen, oder? Vorschlaghammer? Blastern von gestern. Bam! Wo ist dieser... Wo ist dieser... Kunstgemälde auf dem Pissrollen, natürlich. Hier ist er auch nicht dran. Wow! Er könnte... Vielleicht ist er unten? Elektro-Schocker, Pümpel... Irgendwas kaputt ist. Hier hat er immer die Waffen wechselt. Automatische Schroppflänter.